Hallo Leute, da sind wir wieder bei Walking Dead Episode 3, hier Aufnahmesession, und ja, Episode 3, ein langer Weg, starten wir jetzt, mal Larry und Mark verloren, jetzt mal gucken. Looks like this is our lucky day. Yeah, this might actually go smoothly. We deserve it after last time. Ah, ich hab vergessen zu sein. Lee, woher kommst du, um zu bleiben oder zu gehen? Du meinst, um das Motel anzupacken und in den RV zu kommen? Ja, wir haben darüber gesprochen, aber hast du noch deine Meinung gemacht? Wir sollten gehen. Die Motel fahren seinen Kurs, und es ist nicht sicher. Es ist sicher, es ist sicher. Wir spüren in den RV und nicht nachvollziehen, bis wir sehen, Wasser. Und wenn Lilly ist tot, dann, dann... Das ist so, wie es geht. Okay, so wie letzte Mal. Over die Riga, in die Pharmacy, und schrape zusammen, was die Supplier sind. Wir haben nicht viel in da. Wir haben keine Option. Irgendwas ist besser als nichts. Shit. You okay? Die Ladder kommen raus. Ich bin nicht sicher, wie viele mehr Reise sie hat in ihr. Ich bin nicht sicher, wie viele mehr Reise wir in uns haben. Keine Ahnung. So. Letztes Mal war ja ein krasses Ende. Und jetzt müssen wir die Leute hier hochkommen. Ich habe aber noch keinen Plan. Ja. So. So. Ich kenne die Knieglieder so, als ich voll stolz hoffe er. Zum Glück, noch bin ich drin geblieben. Oder hier? Ja, hier. Das war's. Ich fragte mich über den Mann auf Herschel's Farm, die letzte Nacht. Wirklich? Das war nicht sicher, dass er ihn verletzt hat. Natürlich hat er es. Es war eine verrückte Situation für Sean, und so. Ich bin nur Angst, er wird immer denken, dass es seine Schuld war. Du bist sicher, dass du das bist? Lee, ich bin gut, ich habe das. Gib mir deine Hand. Okay. Shit! Das ist es. Nice. Nächste Zeit, ich bringe Ben. Help me get out. No! Go away! Go! Go! Help me! Somebody help me! Oh, Gott! Oh, Gott! What the hell is that? A walker? Walkers don't scream, do they? Jesus, I don't think so. Get away! It's a girl. She's gonna get us killed. No shit. And action. Fuck. We gotta shoot her. Put her out of this misery. You don't know we're here. What do you mean? I mean, we leave her alive, and she drives them all too. Behind us time. Think about it. We're always worried about the ones we can't see. She stays alive and brings them all out of their homes. at least. No shit. It's just a bit of a deal. Go away! Go, go away! Go, go away! Oh, God! Oh, god! Go, go! Go! Ah, God! Oh, my God! Ich bin jetzt von der ... Ich bin jetzt einfach nur ein bisschen ... ... in ein bisschen ... ... in ein bisschen ... Ich werde hier wegschauen. Ich werde hier wegschauen und wir müssen gehen! Sieh! 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 Sie ist weg. Sieh nicht mehr Zeit. Sieh nicht mehr Zeit. Sieh! Ich bin irgendwie in die Kass gelaufen. Sieh nicht mehr Zeit. Sieh nicht mehr Zeit. Sieh nicht mehr Zeit. Jetzt sind wir nicht weg. Ah ja. Wie viele Pfeile? Okay, anscheinend haben ein, zweimal Banditen zugeschlagen Haben wir wieder einen neuen, von dem wir nichts wissen? Und ich habe ihn auf meine Wauke. Hey, liebige P, das ist nett. Ich werde dich in eine Minute finden. Wir haben die Kinder wieder auf die Seite. Was hast du? Wir müssen uns ein Zeichen sagen, dass die Männer gehen, und kommen und verabschieden unsere Frauen und Kinder. Ha. So, was hast du? Just was was left. Which was a lot, actually. Take a look. Wir sind gut, by the way. Nice work. Das wird uns weitergehen. Wenn wir weitergehen, werden wir durch die Winter hier gehen. Die Winter? Wir fangen uns hier aus. Wir fangen uns in eine Arby mit euch zusammen. Nach dem du mit meinem Vater gemacht hast. Nach dem du mit meinem Vater gemacht hast. Das ist so appealing. Warum nicht das? Du wißt, ich mache was es braucht, um alle sicher. Wir sind schon sicher. Wir müssen irgendwann gehen. Wir müssen irgendwann gehen, Lilly. Wir müssen nichts machen. Wir müssen nichts machen. Du wirst nicht gehen, weil du dein Vater zu sein. Aber er ist jetzt weg. Easy, Kenny. So, du zwei sind, äh, haben wir eine Disagreement? Dug. Wie cool ist, Dug. Dug, Dug. Ich habe keine Leute. Ich bin sorry. Jemand braucht die Exekutive für die Gruppe. Und ich glaube nicht, dass du wirst. Wir sind stärker zusammen. Es kann nicht sein, dich gegen uns, Lilly. Wir sind sorry für was passiert mit deinem Vater, aber wir sind jetzt zusammen. Wie geht es um die Ernährung? Wie geht es um die Schutz? Wie geht es um die Schutz? Wie geht es um diese Dinge? Wie geht es um diese Dinge? Wie hat das nicht funktioniert? Wir haben alles, was wir brauchen. Es kommt von mir, Lilly. Das ist B.S., Kenny. Und du wirst. Wie geht es um die Medizin? 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 Wir haben uns Glück und haben eine Frau zu essen. Was? Eine Frau kam aus einer Alley. Sie hat die Möge tot, sie hat die Möge tot. Sie hat uns genug Zeit für alles, was wir aus der Medizin. Sie hat sie zu verletzten, wie was? Wie? Wie ist das? Oh Gott, was ist passiert? Sie war tot, aber es war nicht mehr. Das ist nicht das Sinn im Moment. Lilly ist richtig. Wir haben unsere Leben auf die Liste, und die Möge tot, was wir machen. Sie können nicht glauben, was wir sehen. Sie können nicht glauben. Wir alle verraten es, Kenny. Sie sehen, Mäken und ihre Leute nicht schädlich. Es ist kein Stadt. Es ist voll von Walkers. Und die Leute, die sind weg, sind die Menschen, die sind und wandern. Sie sind auf die Straße. Es ist hell auf der Erde. Und es kommt. Das ist hier. Es wird nicht leichter sein. Okay. 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 Und hier. Und hier. Genau. Die Puhren. Und hier. Das war die Liste. Peter entgegen sich. Und jetzt. Er General. Es ist nicht so Jesus. Es ist nicht mehr einfach zu sein. Das ist eher mehr. Nr. 4. Ich weiß nicht was es ist, aber es ist wahrscheinlich wert, zu Lillie zu sprechen, über Dinge, die verloren gehen. Ever since her dad died, hat sie eine live Wire gewesen. Und jetzt, wenn sie paranoid ist, ist das ein schlechtes Mix. Joach, hat Doug wohl recht. Ich weiß jetzt nicht gerade was wir machen müssen, ich rede mal mit den Leuten hier. Hey, you two. How are you doing? We're okay. Just having a little spat. We all carry guns now, and I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry, how are you, Lee? You need to try harder with Lillie. You guys gotta straighten this out. I don't know how straight we can get it, given all that's happened. So what then? Time will come, we'll have to do what's best for our families. And that's what we'll do. You guys trust everyone here? More or less. I obviously have my problems with Lillie, but I don't distrust her. Yeah, we can't turn on each other any more than we have. I'll talk to you later. Okay. Gucken wir doch mal was. War ich hier nicht? Ja. Clem-Timer. Hey, Clementine. Hey, Lee. What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See? It's the same. Um, kind of. Now that's really something. I'll make one for you, too. Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah. That'd be a good thing to know. I'll talk to you later, Clem. Okay. Okay. Lillys Tür. Ich glaube, mit Lilly reden wir. Zuletzt. Mit Ben. Hey, Ben. What's up, Lee? Was ist in deinen Wachen? Was? Have you seen anything weird on the watch? Is there anybody out there up to anything? Nope. Really quiet. Really? Yeah, totally. Which is good. Did you ever come down here to Macon much? I didn't have much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend. But what's in Macon? It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Uh-huh. Oh. I didn't mean to say it's crappy or anything. It's super nice. I mean, not now, but I bet it was. Is... What do you think about Lilly? She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried she's going to snap. Talk to you later, Ben. Bye. Okay. Hey, Dad. I am, well. Do you feel safe here? Hmm. Safety's always been a bit of an elusive thing for me. I mean, at the motel. As opposed to finding somewhere new. I think if we can get whoever's out there to leave us alone, this is a good place to be. And you know, they sort of stopped attacking. Maybe they forgot about us. What are you working on? I'm just trying to focus on the wall. Anything I'd like to contribute needs batteries or tools I just don't have. I'm tearing down this furniture to patch up the wall. If we go on like this, we'll have half the Traveller piled up out here before we know it. The wall's important. I guess. I feel worthless on watch because I'm not wild about guns and I just wish I was more helpful. What do you think about Lily? Dark. I don't know. I guess I'm sad. Nobody deserves to lose their parents like that. You don't think that would make her delusional, do you? I think it could make you anything. Nothing good. I'll catch you later, Dark. So. Jetzt sind wir acht Personen. Ja, acht. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt hab. Und dann reden wir jetzt mal mit Lily. Hm. I'm sorry. You don't have to apologize. Could you come in here to give me hell or to coddle me? You have to chill out. You think? I'm not going to play the victim, but you and your buddy might have had a hand in my instability. Can I do anything for you? Haven't you... No. Yes. I could use your help. There's a traitor. Somebody. One of us. Out there. He or she or they have been taking things. For real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. Counts off and it's the good stuff. Antibiotics. Oxy. Fuck. Anything with opium in it. I see that count. And it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. We don't toss out equipment. We fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Okay. I'll poke around a little bit. Thank you. If you don't find anything, I'm just going to assume it's you. A mystery. Jesus, Doc. I'm sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the greatest detective, and I can be Dick Grayson. You're Ward. That's Robin. I know who it is. Okay, you're Robin. Yes. What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm all in the case. Robin. Yeah. Let's see. Let's see. Well, I think that's all it is. It's a little bit shorter, I think. Yeah. That's all for the first episode. We'll see you next time. Episode 3. Und haut raus.